Jetzt mischt auch Yvonne Wölke mit. Die Blondine äußerte sich jetzt dazu, dass Oliver Pocher noch Ehefrau Amira Pocher durch Sandy May-Wölden ersetzen wird. Amira Pocher, Yvonne Wölke stellte sich auf ihre Seite. Oliver, 45, und Amira Pocher, 31, gehen endgültig getrennte Wege. Im September gaben die beiden in ihrem Podcast ihre Trennung bekannt, betonten aber beide, weiterhin zusammenarbeiten zu wollen. Ihren Podcast Die Pochers wollten sie weiterführen, eigentlich zumindest, denn am 24. Oktober verkündete der Comedian via Instagram, dass eine weitere Zusammenarbeit mit seiner Ex aufgrund eines Vertrauensverlust unmöglich sei. Die Nachricht über das Pocher-Aus schlug hohe Wellen, schnell schlugen sich Fans und Promis auf eine Seite, und vor allem Amira bekam dabei immer wieder ihr Fett weg. Wie der YouTuber Unico von der Moderatorin selbst erfahren haben will, wolle sie sich bald selbst ausführlich äußern. Yvonne Wölke übt Kritik an Oliver Pocher. Für Oliver Pocher hingegen geht es beruflich nun weiter. Ex-Frau Elisandra Mayrwolden, genannt Sandy, wird künftig mit dem Comedian vorm Mikrofon sitzen. Eine Nachricht, die einschlug wie eine Bombe und vor allem Amira Pocher viel Sport im Netz einbrachte. Doch nicht bei allen. Yvonne Wölke, 41, äußerte sich im Netz jetzt nämlich ebenfalls zu dem Thema. Sie kommentierte einen Instagram-Post zum neuen Pocher-Podcast mit deutlichen Worten. Tja, ich finde es nicht cool. Man sollte als Familie zusammenhalten und die Familie schützen. So die Blondine. Außerdem stellte sich Yvonne auch in Bezug auf die heftigen Hassattacken im Netz klar auf die Seite von Amira Pocher. Keiner weiß, was zwischen denen ist, aber immer schön kommentieren. Traurig alles. Ich weiß, was es bedeutet, jeden Tag von Menschen gehasst zu werden, und ich hoffe, Amira muss nicht auch dadurch. Was die 31-Jährige wohl zu dem Support von ungeahnter Seite sagt? Bis zum nächsten Mal.